also das ist fertig dass das schon mal als Info 10.3 gibt es einen Livestream von mir mit mir ja schön dass hier alles wieder weg wächst das ist schon kacke hier noch kann man jetzt nicht mehr über die Felder so gehen oder liegt das gerade nicht an mir ich weiß es nicht also zum Livestream gab es auch im vorletzten Part glaube ich schon Info wir werden Minecraft zocken auch ich allein Singleplayer ja mal gucken ihr könnt einfach mal vorbeischauen es wird recht cool finde ich also wird es auch das weiß ich schon und ja was ich heute einfach hier machen will ist mal ist eine scheiß Arbeit aber hier ein bisschen gerade machen alles hier nur so ein bisschen weil ich habe schon eine Idee was ich hier noch hin baue damit es euch jetzt nicht so langweilig ist ich beende mal kurz die Aufnahme und macht gleich mal Musik an damit es nicht ganz so langweilig ist während ich hier etwas dort abbau also bis gleich so willkommen zurück Moment so das heißt es abbauen ja also falls ihr ein texture pack findet was auch gut aussieht so wie das hier ich finde das irgendwie das sieht so kindisch aus und ich weiß es nicht ja dann schreibt es in die kommentare ich möchte nur den namen wissen oder einen link aber bitte so vom minecraft forum und nicht direkt einen download link weil ja wer weiß was da noch so drin sein könnte und da baue ich eben eine neue schaufel um am tam 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 Ja, und mache ich hier auch mal Brot. Das ist ein Baguette. Da ist jetzt erstmal so... Ja, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel. Ja, es ist gerade Sonntag. Ich bin vor zwei Stunden aufgestanden. Und das ist jetzt gerade 14.25 Uhr. Naja, abbauen muss ja auch mal sein, leider. Genießt einfach die Musik und guck zu. Ich halte jetzt meine Klappe. Obwohl man es als Player nicht tun sollte, aber... Naja, ist ja gerade so langweilig hier mit abbauen. Ich... Naja, abbauen gehört halt dazu. Ich mag das auch nicht, aber... Um was zu bauen, muss man auch Sachen abbauen. Ohne Holz kann man zum Beispiel nichts bauen. Und man muss vorher Holz abbauen. Ja... Leider. Ja, eine Ebene noch hier. Nochmal durch. Zack, 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 zack. Komm schon. Da ist die Schaufel auch weg. So, das hier mach ich noch schnell fertig und dann gehe ich schlafen. Also in Minecraft. Mach ich hier noch ein bisschen, damit es realistisch aussieht. Obwohl ich glaube, in dem Texture Pack sieht nichts realistisch aus. So, gehe ich mal hier schlafen. Zack, zack. Oh. Ups. So. Ab nach unten. Und hier. Boom. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal schlafen. Ähm. Ach, schlafen. Boah, mein Arm tut weh. Ähm, ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal Holz hacken. Für den... Für das Dschungelhaus. Das verschwende ich die jetzt einfach mal. Hab ich eigentlich... Okay. Ich dachte schon, ich habe Monster aus, weil ich hier gar keinen sehe. hier. Aber ist auch besser so. Aber ist auch besser so. Ich möchte es mal mit der Schere, weil ich könnte es auch gebrauchen. Für das Dschungelhaus. So, dann gehe ich hier hoch. Oh, ein Apfel. 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 Ich will Äppel haben. So. Jetzt habe ich hier in der Baumkrone tun. Oh. Birke. Ich glaube, es ist jemand von den anderen. euch einen Vorschlag macht. Ohne Texturpeck. Weil... Das hier finde ich jetzt nicht so gut. So, das noch. Und diese hässlichen Dinger hier unten. Enderman. Ja. Enderman. Jo. Wir haben dich auch lieb. Ich will mich auch so beieben können. Im real life. Moment. So. Das liegt davor. Das mag ich nicht so. Hallo, Zombie. Woah. Hey. Blöder Mann. Ach, das ist ja Gravel. Gott. Da. Zombie. Zombie. Da. 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 da so ja genau ich glaube ich kann laufen da bin ich jetzt herkommen genau von hier ich bin draußen holz ja genau jetzt kann ich kommen so schnell ich habe ja schon so viele kisten und dort ist machen apropos ich könnte jetzt mal kisten sortieren wobei ich das dann mit einem anderen texture pack machen würde schild hier so dort wird dort ist der wird la 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 ich packe mal alles rein obwohl ich hole schon die sachen für das dschungelzeug dann begebe ich mich da gleich auch wieder hin das brauche ich dass das auf jeden fall so tisch das mal wieder ein bisschen sticks zäune liebsten weiz bräuchte nicht 1 dinge auch nicht sieht auch überlegen kabel ist dann kann man immer gebrauchen kohle auch er doch kohle nämlich ganz mit hätte ich doch noch irgendwo hier hatte ich doch hier eine kiste wasser nehme ich auch mal mit ofen brauche ich jetzt nicht reisen kann ich auch nehme ich zehn mit und habe noch dann welche und einen dort steck reisen ja sonst eigentlich nichts oder wir schlafen da mache ich jetzt erst ein anderes texture pack rein und dann die musik wieder aus und dann geht es weiter im dschungel biom tschüss